So und herzlich willkommen wieder hier auf diesem Kanal zu einem neuen Aufnahme von NBA 2K13. Ja und jetzt spielen wir mal das nächste Spiel. Oh mein Gott wir haben einen Meilscheinreich, den NBA Wookie des Monats. Cool. Mit unserem neuen Signature Skill vollstricke. Sehr schön, dieser Award haben wir wahrscheinlich durch unsere Triple-Double, unsere ganzen Assists. Wir waren ja beste Rookie im Monat mit den meisten Assists und so weiter. Ja, gegen Hornets, also gegen einen weiteren Rookie, nämlich Anthony Davis. Aber wir sind natürlich das bessere Team, die man hier auch an unserem Record, an unserer Bilanz sieht, wie wir in dieser Saison sind. Na ja. Mal gucken, wie viel sich unser Signature Skill auswirkt. Ja, es ist sicher. Ich meine, sie haben die Lava, Cheese und Lettus auf die Führerlinie. Ey, Gedalla, ganz ehrlich. Was machst du denn? Wir haben keine Isolation angesagt. Mein Gott, es ist zwar schön, dass du trimmst, da darf ich rein... Ey, nein, oder? Jetzt wird es schon Rookie des Monats gewesen, jetzt kriegt es mir niemand mehr. Hier. War jetzt ein schöner Assist, aber es trottet sich nicht. Naja. Ich hoffe mal, das war jetzt eine Situation abhängig und nicht für immer. Amino! Und dann, gute Burt, die Fans, dann ist er frei und dann... So, jetzt kann es mir aber passen. McGee! No good. Nicht. Wahrscheinlich hat er trotzdem wieder eine Rufbote von 90%. Der einzige Ruf, den er nicht getroffen hat, war der nach meinem Pass. Und Vaskus! Und McGee, uh, er hat sich schon wieder nicht getroffen. Was ist das denn heute? Vaskus? Henry oder Murray oder keine Ahnung. Wenn man den jetzt ausspricht, ob der Franzose, Ami, Engländer, Amerikaner. Er ist ein Donut. Nein, er ist ein Amerikaner. Oh, Wortwitz. Ähm. Im Sinne, bei uns, keine Ahnung. Oh, Vollstrecker. Ich hätte den ohne Vollstrecker nicht getroffen. Ich sag's euch. Oder ich hoffe mal, dass es jetzt was gebracht hat. Aber ich glaube, tausendfähigkeitskrieg dafür auch zu gebenbringend schon. Und er hat die Kraft und die Kraft und die Kraft und die Kraft, die dir überwinden. Wenn du überwinden kannst, und Schluss. Vielleicht, dass Steve verduren, der trifft nicht. Weil Davis den nur danach auf dem Sieg will. Äh, weil... Frau Lawson, was ist mir? Ach, was war das denn für ein Pass? Jetzt treffen die. Da könnte niemand ausboxen. Er hat seinen ersten Ball. Dann spielen wir nochmal Pit and Roll. Da ich auch mal zum Korb. Und da ich ja nicht zum Korb komme, gebe ich halt den Assist. Pit and Roll ist halt sehr schlau, um Punkte zu machen fürs Team. Das ist sehr effektiv. Vor allem, weil man als Ballführer meistens den Assist bekommt. Oder halt den Punkt. Nein! Jetzt hängt es schon wieder mit den Törnern an. Ach, Mann! Boah, Vollstrecker! Ich sag's euch! Weil ich einfach durchgehe und nicht gegen den Kontakt werfe. Boah! Boah! Ich feiere schon das bisschen, dass ich das genommen habe. Gordon? mit anderen Biss. Es ist es. Schöner Pass und Joven McGee! Ja. Sehr schön. Moskis, was wir da machen. Nerfiert. Passen! Oh! Aber was kann man machen, außer passen, schießen, also werfen, oder den Ball verlieren? Dribbeln, achso, ja stimmt. Und McGee macht doch was. Das war jetzt eine schlechte Entscheidung von Gordon. Gordon hält nicht gut drauf. Eric Gordon ist ja verletzt, deswegen war er ja schon geletzt. In der letzten Saison hat er irgendwie elf Spiele gespielt. Toll. Toll. Hätte ich wahrscheinlich lieber selbst werfen sollen, als passen. Ist jetzt so meine Theorie. Naja. Was, ich treffe nicht? Naja, okay. Man kann ja nicht alles. Oh, Doppelmuck, der zu Punkten führt. Vollstrecker bringt's. Ein Tipp für euch, falls ihr das Spiel auch habt und davor nicht so viel trefft. Holt euch Vollstrecker. Ihr trefft so gut wie alles. Halt, an Korblegern, also Schüssen ist das ja nicht dafür gedacht. Heifeln ist diese隊erafly. möchte ich runterziehen. Wer hat dass meine Defense los. Also nicht mit dem Blocken und so, sondern mit dem Rebound. Und McGee. Oh, ich werde gedoppelt. Kai Lawson und Henry holt den Rebound. Chave, Henry. Okay, ein schöner Spielzeug von New Orleans, aber bringt nicht so richtig, weil dann doch ein Fade-Away-Jump, glaube, weil dann doch ein Fade-Away-Jump stattkommt. Ach, sehr wild. Und der Blatt, weil es dann noch geblockt waren, aber... Naja. Hm, was fehlt das? Ja. Und... Kai Lawson nicht mit dem Dreier. Ja. Aus den Rivers. Das war jetzt... Ja, Ege Dalla, sehr schön. Hast du schon gemacht. Ja, das sind ja super Statistiken, jeder von uns. Was... Vasquez. So. Jetzt... Ich dachte, ich wäre gut. Also, ich meine, so Kontakt-Hauptleger, deswegen habe ich jetzt auch irgendwo aufgenommen. Smith. Ich bin mal wieder gleich Pick'n'Roll, falls der Gitarre an mir passt. Darlinari und der Assis. Jason Smith heißt das, oder? Ja. Glaube ich jedenfalls. Mit dem Foul eben. Mit den Schülern nur zu 10 Minutes. Was bringt dieser Spiel zu? Okay, Gordon hat den Ball. Fick'n mit dem nicht. Ja. Aha, geblockt. Und schalten auf Defense. Das war doch... Nein, oder? Ah... Super. Warwick. Das kenne ich noch nicht mehr. Ich will jetzt nicht, äh... Moskov! Was war denn das da? Neun... Neun... Acht... Sieben... Sechs... Fünf... Fuhren... Zwei... Eins... Und losen! Uh... Schade! Wir führen... Ne... Sind wir jetzt mit vier hinten oder mit vier vorne? Habe ich gerade nicht aufgepasst. Wir sind mit vier hinten, aber... Das Foul hat jetzt gar nicht gemacht. Aminu! Alfa-Rook! Aminu! Is on the 3, als Small Forward. Oh, und äh... Put-Back... Von Rarick, oder? Oh, 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 Tyler Lawson. Wieso? Oh, oh, oh? Schlechter Pass... Nein, oder? Ich passe den... Und ich bekomme noch nicht mehr ein Astris. Und jetzt habe ich mit Spielernote D+. Hier wir kommen Oh cool, noch ein Assist. Hier ist es Oh ja, links oben sieht alles aus Hier ist es die erste Saison der Post-Carmelo in Denver und sieht aus wie die Nuggets sind einfach gut. Links in Reverse Hier ist ein Aminu. Wow Und Teil der Außen trifft nicht. Yeah! D-plus ist das denn? Mason Rivers Oh, immerhin gute Luft-Defense. Na kurz, denke ich, dass ich gut spiele, ähm... Wie habe ich jetzt eigentlich die Luft bekommen? Durch die zwei Turn-Aber, durch das Taul? Und leider, dass ich jetzt mal die Paddler, die gepumpt haben und das zu oft den Pass gefordert habe, oder was? Und das Hätte sich passen können Aber nee, hast ja keinen Break-Starter Uhuhuhuhu Uhuhuhu Uhuhuhu Das war ja eben so eine Art Enkel... Naja, also kein richtiger Enkel-Breaker, aber... Schön mit einem Cross-Off-Einig Aber schön geflayt 5 Punkte Boah, immerhin bin ich jetzt dadurch jetzt 10- durch den Slender, halt McGee Ja, so schaffen wir es garantiert auf 5 Punkte zu kommen Zu kommen Und sofort wurde es ausgewechselt Mit der DMG Für Mord-Gon Gordon So, siehste, Igedala Hättest du mir früher gepasst und mir jetzt früher Punkte gut Aber so... Na was, du wolltest mir ja nicht passen Vorher, deswegen hab ich heute später ergriffen Ja Es wäre irgendwie peinlich, dass wir gegen die... Dass wir gegen die Oli... Die Hornets... Dass wir da zu Hause Oh, das war ein Riss... Oh, das war ein Riss... Urs Kanta passt... Passt zum Usse... Eine Wurfgurte von 45% Mit den ganzen schlechten Wurfentscheidungen, ja, oder? Kann das ja doch gut sein Weil Wurfgurte von... Das war letztes Jahr Das war seine beste Wurfgurte von der Szene In seiner Karriere Also, er hat angefangen, um ein paar Schritte zu machen Er ist kurz für die Zenteposition Aber er machte es mit einer riesigen Leapung Hier ist Magistin Er hat 10 Was? Ich treffe mich Ich hab doch ein schönes... Ein schönes Signature Skill Und Reverse Na, Spieltipp Jaaannn Und keine Farid wurde eingewechselt So, Tyler Orson Und Tyler Orson auch Boah, sehr schön Nächster Assist ist für uns Und immer noch mit Spielern und was ein bisschen Minus Hätten wir im ersten Viertel nicht so viel Mist gebaut Bei Wumans Ja, kann man so sagen Und der Und der Aaaaannn Aaaaannn Hier habe ich mich wieder noch gezählt Ich schaffe es wahrscheinlich nicht War das in diesem Viertel? Nö Bring dein Team Äh, was? Das wollte ich nicht Was ist denn? Da ist auch fünf Punkte dran Da ist auch fünf Punkte dran Kenneth Farid ist da, aber wird ja geblockt Wieviel Blocks Wieviel Blocks haben die denn jetzt schon Wieviel Blocks haben die denn jetzt schon? Teil Orson Ich Kenneth Farid Gord Und Mit dem Gord Mit dem Crop Crossover Der fake Und Und der rebound Und Boah, was für ein schöner Pass von uns zu verlassen Tch Och, komm Hätte ich einen Floater machen müssen, glaube ich Hätte ich einen Floater machen müssen, glaube ich Naja Ah Amino Gordon Gordon Farid Oh, oh, oh Oh Witz Enchanted Ich denke, das ist der Punkt Gord 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 Fiskas Henry Gord 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 Wurf Defense Yeah Gord Schauer Gord ,, Gord 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 Und Voskis probiert die Zeit runter, damit wir später keinen Angriff mehr starten können. Aber Roden wird geblockt. Amino drei Sekunden noch, da rennen wir mal kurz nach vorne. Drei, zwei, eins. Hätten wir das auch eine Sekunde später werfen können. Oder anders gesagt, mir passen. Das wäre jetzt Punkt zurückstanden. Mir passen können wir danach werfen erst. Joe Friday, yeah. Ja, alle anderen von meinem Team sind ja nicht so gut. Uh, was hast du denn gesagt? Wie sagt das? Sie nix. Achso, die habe ich vergessen zu tippen. Naja. Schon blieb. Aber es gibt ja heute kein Spiel da heute. Ähm. Wie heißt das, ähm, Thanksgiving-ness. Time to send you back to my friend Kevin Harland. Ja.